Hallo, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute wollen wir uns einen Wert aus dem Bereich Kommunikation ansehen, nämlich die US-amerikanische Meta-Plattforms, ehemals bekannt als Facebook. Als Facebook dann bekannt gab, den Namen in Meta umzuwandeln und verstärkt ins Metaverse zu investieren, da stürzte der Kurs förmlich ab. Etwa 80% hat der Kurs zwischenzeitlich eingebüßt. Ja, dass Meta-Plattforms aber die ganze Zeit üppige Cashflows erwirtschaften konnte, durch das klassische Werbegeschäft über die Plattformen Facebook und Instagram, das Namen zu dieser Zeit eigentlich die wenigsten Marktteilnehmer war. Mittlerweile konnte der Kurs sich deutlich erholen, in den letzten Wochen allein über 200%. Ja, und das lässt uns natürlich die Frage stellen, wie geht es weiter? War das jetzt eine Übertreibung nach oben? Könnte es so weitergehen? Ja, und das wollen wir uns heute ansehen, also zum einen die Bewertung an der Börse und zum einen und anderen aber auch die Qualität des Unternehmens, also sprich, ist dieses Wachstum nachhaltig? Wie könnte es in der Zukunft weitergehen? Mein Name ist Max Butter von aktienbewertung.info. Ja, sehen wir uns hier den Aktienkurs in schwarzer Farbe dargestellt, auf Monatschlusskursbasis mal an, überlagert mit Fundamentaldaten, in dem Fall Gewinne pro Aktie und faktorieren das Ganze mit dem KGV, und zwar mit einem fairen KGV. Dann sehen wir das folgende Bild. Wir sehen hier in grüner Farbe die Gewinne pro Aktie, inklusive Analystenschätzungen hier für die Jahre 2023, also das laufende Geschäftsjahr 2024 und 2025. Die Gewinne pro Aktie, die werden jetzt multipliziert mit einem fairen KGV. Wie berechnen wir das? Wir sehen uns einfach das gesamte Wachstum hier in diesem dargestellten Bereich an, also von ganz links bis ganz rechts, und das sind dann 18,8 Prozent pro Jahr im Schnitt. Und das vergleichen wir mit anderen Unternehmen aus dem Kommunikationssektor, und da ergibt sich eben im Mittel ein KGV von, das sehen wir hier als Referenzbewertung, 18,6. Und das ist hier als grüne gestrichelte Linie dargestellt. Und wir haben natürlich einen Streubereich, das heißt nicht jedes Unternehmen ist gleichermaßen hoch bewertet. Und wir sehen hier in dem grünen Kanal 50 Prozent aller Kommunikationsunternehmen, die ein ähnliches Wachstum aufweisen. Ja, und so gesehen können wir sagen, wenn der Kurs sich in dem grünen Bereich bewegt, dann haben wir eine ungefähre Vorstellung davon, dass der Kurs einigermaßen fair bewertet sein könnte, also durch diese vergleichende Bewertung eben mit anderen Aktien. Ja, und was wir hier sehen können, ist, dass im Prinzip in den ersten Jahren, in dieser Darstellung zumindest, bis einschließlich 2021, Mitte 2021, der Kurs immer eher überbewertet war, also immer teurer als andere Unternehmen. Und dass ich dann aber durch die Bekanntgabe der Umwandlung in dieses Unternehmen, was verstärkt ins Metaverse investieren wollte, dass das Vertrauen der Anleger dann zurückgegangen ist und der Kurs förmlich abgestürzt ist. Die Gewinne sind zurückgegangen und jetzt kam eben dieser Kurs vom deutlich überbewerteten Bereich hin zu einem deutlich unterbewerteten Bereich. Das heißt also, wir sind hier sogar noch tiefer gefallen als diese 50 Prozent. Das heißt, wir waren jetzt hier mit dem Kurs in den billigsten 25 Prozent. Und das, das werden wir gleich sehen, obwohl das Unternehmen wirklich deutliche, dicke, fette Cashflows generiert hat, zu dem Zeitpunkt, sodass also das Unternehmen zu dem Zeitpunkt, gerade hier Ende 2022, deutlich unterbewertet war. Die Gewinne sollen jetzt auch wieder steigen, zumindest nach dem jetzigen Stand der Abschätzung der Analysten. Und dementsprechend hat der Kurs dann auch wieder deutlich anziehen können, ist 200 Prozent gestiegen, wie gesagt. Und wir sehen hier schon, dass theoretisch so eine Konsolidierung, ein Atmen des Kurses nach unten durchaus gesund wäre und dass sich hier durchaus wieder durch einen solchen Rückgang günstige Einstiegslevel finden ließen. Wir müssen allerdings auch festhalten, dass es durchaus Phasen gibt, wo Meta hier deutlich oberhalb, also in dem oberen Bereich des grünen Kanals notiert hat. Und damit ist eben die Frage, ob der Kurs jemals wieder so tief zurückkommt. Wir sehen, dass es eher selten passiert. Also hier zum Beispiel Ende 2018 durch den allgemeinen Kurssturz an den Märkten, da hat der Kurs zumindest bis zu dem fairen Wert korrigiert, aber auch nicht viel tiefer. Das hier war schon eine Ausnahmeerscheinung. Das können wir hier schon sehen. Ja, eine Dividende zahlt Meta zurzeit nicht. Und nach Analystenschätzung wird es auch in der nahen Zukunft zumindest nicht so sein. Sehen wir uns Meta im Überblick an. Das heißt also, wir gucken jetzt nicht nur auf die Bewertung, sondern wir gucken auch auf verschiedene Unternehmenskennzahlen, die wir aus der Bilanz ableiten. Da können wir hier Meta sehen als blaues Hexagon. Und je größer dieses Hexagon, desto attraktiver ist das Unternehmen aus der Sicht eines Investors. Wir sehen also hier schon auf den ersten Blick, dass Meta hier offensichtlich sehr gesund ist, also ein sehr großes Hexagon. Und wenn hier dieses gelbe Hexagon in der Mitte überdeckt ist, dann ist das Unternehmen in allen Bereichen überdurchschnittlich aufgestellt. Einziger Punkt, der hier unterdurchschnittlich ist, ist der Piatroski F-Score. Das ist ein gesamtes Scoring-Modell, wo wir zwischen 0 und 9 Punkten erreichen können. Und das soll die wirtschaftliche Gesundheit des Unternehmens darstellen. Ja, und ansonsten sind wir hier eigentlich mit allen Punkten so an dem Rande der Top 25 Prozent. Das heißt also hier dieser äußerste Ring, das sind die Top 25 Prozent aller Kommunikationsunternehmen. Wenn wir uns das angucken, dann sehen wir also, dass das sehr erfreulich, alles sehr gut ausgeprägt ist. Fangen wir an mit der Prognose des Umsatzwachstums. 9,8 Prozent pro Jahr für die nächsten drei Jahre. Das ist also hier deutlich besser als die anderen Kommunikationsunternehmen. Dann haben wir eine sehr niedrige Schuldenquote von nur 32,4 Prozent. Auch die ist deutlich niedriger als Vergleichsunternehmen. Wir haben eine operative Marge in Höhe von 23,6 Prozent. Auch die ist besonders toll. Und wir haben Owner Earnings pro eingesetztem Kapital. Also wie effizient arbeitet das Unternehmen? Wie viel Cashflow, die tatsächlich für den, also freien Cashflow, der tatsächlich für die Investoren übrig bleibt, kann das Unternehmen generieren pro eingesetztem Kapital? Also sowohl Fremdkapital als auch Eigenkapital. Und da sind wir bei 90,1 Prozent. Das ist wirklich hoch profitabel und deutet auf weiter wachsenden Wert des Unternehmens hin. Wir können uns jetzt die einzelnen Aspekte mal im zeitlichen Verlauf ansehen. Ja, und beginnen wir mit den Owner Earnings pro eingesetztem Kapital. Auch freie Cashflow-Rendite auf eingesetztes Kapital genannt, FCR. Und wir sehen hier schon, wir sind hier im Prinzip in allen Jahren seit 2017 hoch profitabel. Also im hellgrünen Bereich, das sind die Top 25 Prozent im Vergleich zu anderen Kommunikationsunternehmen. Wir haben hier für das laufende Geschäftsjahr erwartete Owner Earnings auf eingesetztes Kapital von 17,7 Prozent. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr waren es 19,7 Prozent. Das heißt einen leichten Rückgang, aber immer noch im Top-Bereich. Jetzt könnte man natürlich kritisieren, dass hier dieser Wert nach unten geht. Das ist auch tatsächlich nicht ganz so positiv, weil die Effizienz ein bisschen nachlässt. Aber angesichts der doch sehr hohen Werte und konstant hohen Werte würde ich das jetzt nicht zu sehr überbewerten. Sehen wir uns die Renditen an und dazu zunächst mal die Umsätze. Die Umsätze absolut gesehen, die werden im Prinzip durch die Höhe des Balkens jeweils dargestellt. Und man sieht, dass bis 2021 die Umsätze gestiegen sind. Und 2022 gab es dann zum ersten Mal einen Umsatzrückgang. Das war auch mit ein Grund dafür, dass im Prinzip die Bewertung dann drastisch nach unten gegangen ist. Jetzt soll allerdings im Jahr 2023, also im laufenden Geschäftsjahr, die Umsätze wieder steigen. Und zwar nicht nur über die Umsätze von 2022, sondern auch über die von 2021. Das heißt also, da sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Die Margen, wir sehen hier oben in Lila die Bruttomarge, die ist leicht gefallen. Wir sehen die operative Marge, die ist in schwarzer Farbe dargestellt. Die ist tatsächlich 2022 auch stark zurückgegangen, soll aber jetzt im laufenden Geschäftsjahr auch wieder leicht steigen. Sowohl die Nettomarge als auch die operative Marge und auch die Bruttomarge sind alle im hellgrünen Bereich. Das heißt, sie sind überdurchschnittlich hoch im Vergleich. Das heißt, wir sind hier im Top 25 Prozent, also margentechnisch trotz der Rückgänge hier im Jahr 2022 immer noch top. Ja, die Schulden, hatten wir auch gesagt, die sind besonders niedrig. Das sieht man hier schon rechts sind die Vermögenswerte dargestellt, die Höhe des Balkens. Die Vermögenswerte sind kontinuierlich gestiegen, sollen auch im laufenden Geschäftsjahr noch weiter steigen. Und die Schulden, die sind auf der linken Seite dargestellt, die sind im Verhältnis zu den Vermögenswerten also sehr, sehr gering. Wir sehen hier die Schuldenquote 40 Prozent, die ist allerdings kontinuierlich gestiegen. Das heißt also, dieses Verhältnis zwischen Schulden und Vermögenswerten, das ist gestiegen. Das ist sicherlich negativ zu werten, aber angesichts der niedrigen Schuldenhöhe ist das fast vernachlässigbar. Zumal wir hier sehen in hellblau, das sind eben Cash- und Wertpapiere, also das, was ganz schnell oder extrem liquide ist. Und das allein würde schon fast die Schulden tilgen können. Das heißt, man hat fast genauso viel Cash wie Schulden. Das heißt, quasi ist das Unternehmen schuldenfrei. Dazu kommt noch, hier durch grün dargestellt, das ist der freie Cashflow, der erwirtschaftet wurde pro Jahr. Und der könnte ja rein theoretisch auch komplett für die Schuldentilgung eingesetzt werden. Und dann das in Kombination mit dem Cash bedeutet, eigentlich ist das Unternehmen schuldenfrei. Ja, wir hatten gesagt, eine Dividende wird nicht bezahlt von Meta. Deswegen ist es natürlich interessant, was wird dem Investor zurückgegeben. Das wird hier in Form von Aktienrückkäufen gemacht und wir sehen hier seit 2018 zumindest, da wurden doch kräftig Aktien zurückgekauft. Insbesondere im Jahr 2022, was sehr gut ist, weil ja da der Aktienkurs verhältnismäßig günstig war. Das ist immer sehr positiv. Also man sollte immer da gucken, prinzipiell Aktienrückkäufe sind gut für den Investor, weil ja der eigene Anteil vergrößert wird dadurch, weil ja im Prinzip weniger Aktien am Markt sind. Dadurch steigt der Aktienkurs letztlich und alle Gewinne zum Beispiel werden dann pro Aktie natürlich höher ausfallen, ohne dass tatsächlich das Wachstum notwendig ist. Aber wir müssen natürlich darauf achten, dass das Unternehmen nicht die Aktien zu einem überhöhten Preis zurückkauft. Und das ist hier definitiv der Fall. Das heißt also, man hat hier Aktien zurückgekauft in großem Stil, als die Aktien günstig waren. Wir haben dadurch insgesamt seit 2018 im Prinzip eine Erhöhung des Anteils pro Aktionär von 7,6%. Das ist sicherlich auch recht ordentlich. Sehen wir uns jetzt die Bilanz an von Meta-Plattforms. Und zwar zunächst mal, wie wird eigentlich das Geld erwirtschaftet, die Gewinn- und Verlustrechnung. Das heißt, wir haben einen Umsatz von 116,6 Milliarden US-Dollar. Das ist also wirklich extrem viel. Und das wird zu 98% durch die Family of Apps generiert. Das ist im Prinzip das Werbegeschäft über die Hauptplattformen Facebook und Instagram. Wir haben noch einen ganz kleinen Teil Reality Labs. Das ist genau dieser Teil Metaverse. Also spielt eigentlich umsatztechnisch noch gar keine große Rolle. Und wir haben jetzt hier einen Brutto-Gewinn in Höhe von 78% des Umsatzes. Das ist also eine enorm dicke Marge. Die Herstellungskosten nur 25,2 Milliarden US-Dollar. Das sind die Stückkosten. Ja, und dann wird noch ein relativ großer Teil an Betriebskosten abgezwackt. Und übrig bleibt der operative Gewinn. Die Marge 25%, die ist immer noch überdurchschnittlich hoch. Jetzt müssen wir uns angucken, wie sind die Betriebskosten eigentlich zusammengesetzt. Und da sehen wir schon Forschung und Entwicklung 35,3 Milliarden US-Dollar. Das ist wirklich wahnsinnig hoch. Dieses Geld ist ja, das sind eigentlich keine Ausgaben, die für das laufende Jahr sind. Sondern das ist eigentlich eine Investition, die für die nächsten Jahre im Prinzip gewinnbringend ist. Das heißt also, das wird in der Zukunft Cashflows bringen für die Investoren. Und so gesehen wäre es eigentlich richtiger, diese Ausgaben zu kapitalisieren. Dadurch würde sich das Ganze in das Cashflow-Statement verschieben. Und wir hätten natürlich damit einen deutlich höheren Nettogewinn. Also es gibt Schätzungen, dass dadurch, je nachdem wie man das Ganze dann berechnet, der Nettogewinn um bis zu 50% ansteigen könnte, würde man das rausrechnen. Das heißt also, man kann sich schon vorstellen, dass in Wirklichkeit das Unternehmen eigentlich höhere Gewinne erwirtschaftet, dadurch die Bewertung günstiger wird letztlich. Weil ja der Gewinn pro Aktie dadurch eigentlich steigt. Kann man im Hinterkopf behalten, ist bilanztechnisch natürlich nicht korrekt. Deswegen wird es hier als Kosten angesetzt. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ein Mehrwert für die Investoren, was nicht wirklich wiedergespiegelt wird. Und jetzt ist interessant, wie wird das Geld verwendet? Dazu sehen wir uns die Kapitalflussrechnung an, also das Cashflow-Statement. Und hier haben wir den Nettogewinn, der dann um die Wertminderung, Abschreibung und die Änderung im Betriebskapital wieder ergänzt wird. Denn das ist ja Geld, was tatsächlich in die Kasse geflossen ist. So, dass am Ende ein operativer Cashflow von knapp über 50 Milliarden US-Dollar generiert wird. Und der teilt sich dann auf in ungefähr die Hälfte Investition und die andere Hälfte Finanzierung. Wir sehen hier zunächst mal bei der Investition, dass eben enorm hohe Investitionsausgaben angefallen sind. Die gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Und wir sehen auf der anderen Seite bei dem Finanzierungsteil, also das, was den Investoren letztlich zurückgegeben wird. Da ist der größte Teil für Aktienrückkäufe aufgewendet worden. Da ist sogar ein Teil Schuldenaufnahme. Hier sehen wir eine leichte Umschuldung. Das heißt also Schuldentilgung in Höhe von 850 Millionen US-Dollar. Und auf der anderen Seite Schuldenaufnahme in Höhe von 6,7 Milliarden US-Dollar. Das heißt also netto gesehen sind hier schon Schulden gemacht worden, um diese Rückkäufe zu finanzieren. Ja und jetzt sehen wir uns nochmal die Investitionskosten genauer an, diese Capital Expenditure. Das heißt wir gehen wieder von dem operativen Cashflow aus, 50,5 Milliarden US-Dollar. Und wir können jetzt hier sehen, die Capital Expenditure, also die Investitionsausgaben, die sind in Höhe von 31,4 Milliarden US-Dollar angefallen. Und jetzt müssen wir unterscheiden, wie viel wird davon eigentlich tatsächlich wertsteigernd investiert. Also sprich das, was am Ende in den Folgejahren den Investoren dann wirklich auch Cashflows zusätzlich bringt. Und das rechnen wir hier wieder raus. Das kommt dann zu den Owner Earnings dazu, weil das im Grunde ja Weltgeld ist, was den Investoren nutzt. Während der Maintenance CapEx eher der Teil ist, der benutzt wird, um das Geschäft fortführen zu können. Das heißt also die notwendigen Investitionen, ohne dass dadurch eine Gewinnsteigerung oder einen Mehrwert letztlich im Unternehmen zu verzeichnen. Und das ist leider in der Bilanz nie explizit ausgewiesen. Deswegen muss man das hier schätzen. Das schätzen wir im Prinzip über die Abschreibungen und die Wertminderungen. Und da käme dann raus, das sind 8,7 Milliarden US-Dollar. Das heißt der größte Teil dieser Capital Expenditure, die ja erstmal negativ aussehen, die sind tatsächlich Investitionen in die Zukunft für weiteres Wachstum. Und auf der anderen Seite haben wir aber vom freien Cashflow, der ja durch operativen Cashflow minus Capital Expenditure berechnet wird, 19,04 Milliarden US-Dollar, geht ein gehöriger Teil in die aktienbasierte Vergütung, also diese Stock-Based Compensation in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar. Sodass eigentlich nur sehr wenig übrig bleibt. Da wird den Investoren tatsächlich etwas geraubt. Aber wenn man das jetzt mit diesen wertsteigernden Capital Expenditures addiert, dann kommen wir auf Owner Earnings in Höhe von fast 30 Milliarden US-Dollar. Und das übersteigt sogar noch den freien Cashflow von 19 Milliarden US-Dollar. Das heißt also, die Owner Earnings sind eigentlich höher als der freie Cashflow, der ausgewiesen ist. Ja, wagen wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft. Dazu nehmen wir wieder den Gewinn, also das KGV. Und diesmal nehmen wir das historische KGV. Also wie war Facebook beziehungsweise Meta-Plattforms in den letzten fünf Jahren im Schnitt bewertet? Das war nämlich in dem Fall genau ein KGV von 23,8. Also das 23,8-fache des Gewinns pro Aktie. Und das wäre jetzt hier diese blaue gestrichelte Linie. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Analystenschätzungen hier für das laufende Geschäftsjahr 11,7 US-Dollar pro Aktie und für das Folgejahr 14,5 US-Dollar pro Aktie immerhin von noch 51 Analysten beziehungsweise 52 für das laufende Geschäftsjahr. Also eine immense Anzahl an Analysten, die hier ihre Schätzung abgegeben haben. Und wenn wir davon ausgehen, dass das einigermaßen so zutreffen wird und der Kurs sich genau an diesem fairen Wert orientieren würde, was er natürlich nicht immer tut, aber dann hätten wir zumindest ein deutliches Kurspotenzial. Wie gesagt, Dividenden werden hier nicht bezahlt. Das heißt, es würde alles über Kurssteigerungen letztlich stattfinden. Und es wäre annualisiert 17,0 Prozent umgerechnet auf zwölf Monate oder insgesamt 26,5 Prozent. Ja, wir hatten ja gesehen, dass der Kurs so ein bisschen stark gestiegen ist in letzter Zeit. Deswegen hat er da schon etwas vorweggenommen. Hier ist es vielleicht ratsam, auf eine Konsolidierung zu warten. Aber auch wenn die nicht eintreten würde, hätte man trotzdem hier zumindest nach diesem Modell noch tatsächlich einen Gewinn für die nächsten anderthalb Jahre zu erwarten. Ja, wenn du dich dafür interessierst, in diese Aktie zu investieren oder vielleicht investiert bist, wirst du wahrscheinlich für eine weitere Entscheidung weitere Recherchen durchführen müssen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Erfolg an der Börse und ich bedanke mich für das Interesse an diesem Video. Vielen Dank.